Nach zwei Jahren Pause war es endlich wieder so weit. Das Lirnsner Feuerwehrfest ging am 1. Juni Wochenende über die Bühne. Angefangen hat es am Samstag mit der Fahrzeugschau in der Innenstadt, wo sechs Fahrzeuge bewundert werden konnten. Von Kommandowagen bis zur Drehleiter war alles dabei. Am Abend am Fest sorgte Volks X-Time für die Unterhaltung beim Feuerwehrhaus und bis 5 Uhr früh wurde ausgieblich gefeiert. Ja, ich darf alle recht herzlich begrüßen zu unserem Frühschoppen da im Areal der Stadt Feuerwehr Lienz. Heute wieder bei Traum Frühschoppenwetter darf man sehr viele Gäste begrüßen. Nach einer zweijährigen Pause ist es endlich wieder so weit, dass wir unser traditionelles Feuerwehrfest feiern können. Zum Abschluss vom Fest war dann noch am Sonntag das Frühschoppen mit großen Kinderprogramm wie Hüpfburg, Wasserspritzen, Gesichter bemalen und das Highlight für viele Kinder, das fahren mit einem echten Feuerwehrauto.